Hierauf, da ist es. Schauen wir mal Leute, was wir da machen müssen. Richte Orks hin, die sich im hellen Herrscher nicht unterwerfen wollen. Das können wir machen, aber mit Zeit wahrscheinlich wieder hast du hasse ich. Was verlangte den Einfall im Mordor? Fellas, die Tugend der Gerechtigkeit. Sauron hatte mich und mein Volk verraten und er sollte dafür wissen. Was tut die Fünfte mit Explosionen? Wow, 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 wow. Warte mal, besiege ich mir. Ja, aber ich sage es der Drache. Ja, das ist der Scheiß. Das kann man nicht machen, leider. Das ist echt zu hart. Oh. Das ist fast schwierig machbar, dass das blöde Mistficht da ist, nämlich wirklich dreckig. Aber vielleicht können wir den Drachen besiegen. Ich hab den Drachen, jawohl! Einen zumindest, ne? Dann geht's vielleicht. Ah! Der hat ein bisschen mehr Weg, das ist das Problem. Das ist das Problem. Der Drache, der macht sich das nämlich schön gemütlich und das passt mir gar nicht. So. Also. Hopp! 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 Hopp!書, Shot, 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 Shot... Haben wir nur einen? Ja. So. Wo sind mal paar mehr haben wir, ja? Dabei haben wir ein paar mehr, aber das ist halt die Frage, wie lang wird das so bleiben? Weil ich kenn den Drachen, der ist Arschig. So. Und haben wir jetzt mehr? Ja. Das ist so schwierig, Leute. Das ist so schwierig. Das ist echt schwierig. Ja, komm her. Oh. Gott. Haben wir es geschafft? Ich weiß es nicht. Ja, mit Explosionen. Okay. Scheiß drauf. Aber wir haben es selber geschafft. So schwierig. Aber geschafft. Geschafft. Man muss ja nicht immer gut. Und wir haben einen Fänglichkeitspunkt, Leute. Guck mal, Pfeile da. So. Dann schauen wir, was wir jetzt machen. Das ist Hammer. Dann würde ich sagen, hier sind wir es ja sogar. Ich könnte nur trainieren, aber okay. Was ist das da? Oh. Das wird jetzt freigeschaltet. Okay. Okay. Reiche die Hügelgräber. Aha. Ist das eine Schnellreise? Oder? Ne. Ja. Okay. Dann würde ich sagen, wir sind es hier. Dann schauen wir mal auf die große Karte. Leute. Nehmen wir auch einen Auftrag. Wow. Das sind ja Festungen. Holla. Oh. Wow. 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 Hier ist Holla. Guten Morgen. Tag. Es gibt es ja nicht, dass wir nur das gemacht haben, Leute. Wir werden mal schnell reisen. Hier könnte man hin. Oder waren wir da schon? Nö. Alter. Das kann es ja nicht sein, dass wir... Oh. Entschuldigung. Jetzt haben wir mich verdrückt. Das kann es doch nicht sein, dass wir erst das gemacht haben hier. Ich habe da noch ein zweites Gebiet gehabt. Ich weiß jetzt nur nicht, wo es ist. Das Problem. Ich suche gerade. Aber ehrlich. Ich finde es nicht. Vielleicht war das das da. Wow. Wow. Da ist Sauron. Dann war das das da, ne? Oder? Ne. Also. Ja. Haben wir wirklich erst das eine Gebiet? Da haben wir ja was vor uns. Und dann würde ich sagen, wir nehmen gleich das nächste. Weil irgendwo hin ist. Es ist halt schlecht. Da kann ich noch nicht hin. Dann. Schau mal. Schau mal da rein. Genau. Machen wir hier eine Schnellreise hin. Da gibt es zwei. Das ist ein bisschen komisch. Bis zu zwei. Startpunkt und zu dem anderen. Dann gehen wir da hin. Möchte ich das Gebiet wirklich bei Schnellreise aufsuchen? Jawohl. Sir. Das möchte ich. Das wollen wir. Das brauchen wir. Und das werden wir auch tun. Und wir haben ein neues Gebiet, Leute. Schauen wir uns mal zuerst einmal um. Da habe ich hier einiges zu tun. Blocke den Häuptling hervor. Ja. Wie sieht es denn hier aus? Ja. Dann schauen wir uns mal diese Armee hier an. Das wird jetzt was werden. Hohoho. Ach Gott. Das wird was werden. Warte mal. Armee. Wir sind ein bisschen verkehrt. Ich wollte den nicht zu oft drücken. Ich wollte zu Armee. Ja. Der hat schon vier Hauplinge. Also wir haben hier einiges noch zu tun. Oh. Da ist ja auch nur eine oder was? Aber der hat fünf Hauplinge. What the hell? Da haben wir was zu tun. Wir können natürlich den sofort angreifen. Aber da haben wir keine Chance. Der hat dann vier Bodyguards. Ja. Da müssen wir ein bisschen was tun. Und ich würde sagen. Wir speichern mal kurz. Wir sehen uns dann beim nächsten Part. Einen Fähigkeitspunkt habe. Ich werde das hier freischalten. Oder schauen wir mal hier. So wird man schon. Ah ne. Das ist. Das brauche ich nicht. Was ist das da? Das automatisch einsammelt. Ja das auf jeden Fall. Leute. Das ist ganz wichtig. Das ist wirklich wichtig. Einer neuen. Einer neuen Welt kann man nicht sagen. Aber in einem neuen Gebiet. Und ein kleiner Vulkan kommt da gerade hoch. Sehe ich. Sieht irrsinnig cool aus. Was haben wir zu tun? Sehr viel sowieso. Schaut. Ho ho. Anscheiß. Anscheiß. Na natürlich scheißen wir uns nicht an. Ja. Ich würde sagen. Äh. Die Türme als erster einnehmen. Dass wir mal was sehen. Das wäre vielleicht ein Welthit. Also. Der erste Turm ist. Hier. Hier haben wir ja keinen. Das wird ein bisschen kritisch hier. Ja. Dann gehen wir da rüber. Alles klar Leute. Alles klar. So. Let's go. Natürlich Infos. Raus aus denen. Das wäre auch nicht schlecht. Das wäre nicht schlecht. Schauen wir uns mal die ganzen Infos an. Da haben wir ein bisschen was zu tun. Können wir über die eine Info? Woow. 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 Level 40. Da müssen wir nur ein bisschen levelen. Sonst kriegen wir fest in die Fresse. Und. Schnappen wir uns auch gleich. Wir müssen hier eine Armee. Rekrutieren. So. Let's go. Der für Lava. Hier sehe ich gerade. Wir müssen da rauf. Das ist das Stückchen. Achtet auf unsere Beine. Nein. Schürfisch. Der Faradour. Dann haben wir da mal vorbei. Hier haben wir die ganzen Hauptmänner Missionen. Aber da müssen wir nur erkunden und so weiter und so weiter. Aber ich muss mal schauen wo wir hin müssen. Wie ich da durchkomme. Ich würde sagen. Wie kommen wir denn da durch? Das ist eine gute Frage. Rechts. Da müssen wir rechts. Oh scheiße. In den Pausentreffen. Ja genau so. 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 I'm up here. Can I piss back me? How up? Also neue Pfeile. So, du bist auf meiner Seite jetzt. Und du auch. Na, und den lassen wir uns nicht sichieren. So, und jetzt weiter zum Ziel. Kleine Prügele am Rande. Natürlich können wir ein bisschen was einsammeln da unterwegs. Es ist selbstverständlich. Durstig oder nicht. Tja, da ist niemand gekommen. So, wir gehen da weiter. Diese Amphore. Sie ist älter, als sie scheint. Gut, dass wir sie zurückgeholt haben. Die Orks hätten sie mit ihrem Grog besudelt. So, wir gehen da rauf. Oh, wir hoffen nicht mehr in Frieden. Ja, Übersicht, das schnell man machen kann. Wow, wow, wow. So, hier ist eh nix. Sehr schön. Wir müssen da rauf, liebe Leute. Wir müssen da rauf, liebe Leute, von heute. Hopp. So, schön rauf da. Und zwar ganz nah rum. So. Dann nehmen wir mal den Turm da hin. Und zwar das. Oh. Pardon, Yacht. Für euch zu finden teilweise das Zeug, was wir brauchen. Ein bisschen was haben wir noch. Und wir haben alles. So, jetzt haben wir einen Schnellreisepunkt, das ist sehr, sehr wichtig. Da sind noch zwei Tower. Wie gesagt, wir machen die Tower zuerst, weil dann hat man einfach Besicht und auch Schnellreisen und so weiter. So, das ist da. Und zwar sauweit. Ah, es sind schon große Gebiete. Ja, schaust du jetzt? Fightest du für mich? Nee, nee, ich stell mich nach, wir haben gerade keine Zeit. Da ist diese Arena wieder. Das hört sich nicht gut an. Ja, war nur ne Ziege, genau. Ja, da waren sie Ziege. Oder Ehefrau, wie man sieht. So, die drei gehören zu mir. Ja. 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 Die drei gehören zu mir. Ja. 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 Die fressen. Ich geh schon mal weiter. Wir haben ein schönes Stückchen jetzt. Ist jetzt jedenfalls... Of course. bringt gescheite schläge so haut ab muss hier nur vorbei so du gib mir info es kann natürlich nicht schaden dann fangen wir mit die ganzen hauptmänner also die sind hardcore das ist schon ein sehr schwieriges gebiet aber wir werden es schon hinkriegen immer wieder einen der die auffällt da der ist jetzt auf meiner seite so zu sagen so und info gibt es nebenbei natürlich immer muss man machen das sollte man wir machen wieder mal einen cut wenn es euch gefallen hat abonniert mich liked mich schreibt einen kommentar ich würde mich wirklich darüber freuen bis zum nächsten mal euer zocker andy von gameplay deluxe tschüss und 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020